Schauen wir, ob die Tribünen bereit sind für den Schwarz-Gerben-Dörby-Zieh. Wie ist die Stimmung? Ich habe mich immer gespannt. Wie sieht es aus auf der Nordtribüne? Nordtribüne. Wow. Was sind die Nordtribüne? Auch gut. Wie sieht sie auf dem Westen aus? Und auf der Türk-Tribüne? Ja. Und auf der Tade? Ja. Das war's für heute.